Ein herzliches Willkommen zur nächsten ja zum nächsten teil der resident evil 3 auch hier das remake steht an und ja mal gucken also es soll ja relativ kurz sein ich glaube sie ist relativ kurz ich habe es ja schon gesehen als let's play von daher auch hier kein blind let's play und auch hier gibt es gibt natürlich auch nur diese eine geschichte von jill glaube ich auch das erste mal dass man wirklich nur einen charakter spielt und ja eingestellt ist hoffentlich soweit alles ich hatte vorhin schon mal angefangen dann ist ja eingefallen oh ich habe die sprach ausgabe auf deutsch gestellt ist nicht schlecht also zumindest in dem teil gefühlt besser als bei teil zwei aber ich möchte es dann doch konsistent halten dass wir das dann halt komplett mit englischer sprachausgabe aus durchspielen dabei die ersten teile mit englischer sprachausgabe gespielt haben okay ich denke das wird soweit wir schauen mal was das wird ich hoffe von denen von der helligkeit passt ich habe sie jetzt mal ein bisschen runter geschraubt muss nachher mal anschauen wie das dann der fertigen aufnahme beziehungsweise auf youtube aussieht aber dann würde ich mal sagen wir starten in ein neues spiel auch hier wieder auf normal das hat ja bis auf den bosskampf beim letzten mal gut funktioniert soweit das pandemik ist spread faster than any disease in modern history the cdc is quarantine the lower midwestern Kommitment, Honesty, Integrity. These are the core values that create the foundation for Umbrella. It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us. We've got a rezone. I've got a rezone. Untertitelung des ZDF, 2020 Na gut, dann schauen wir uns doch mal um. Damit die Raumfahrerei sehr viel Spaß, wie es aussieht. Der Fernseher sieht nicht so gut aus. Wenn es das und jetzt nachher noch hier reinregnet. Ja, also tatsächlich, zeitlich spielt es mehr oder weniger parallel bis ein bisschen spät. Also ja, ich glaube, das meiste spielt parallel zu Resident Evil 2. Auf jeden Fall ungefähr zur selben Zeit. Ich weiß nicht genau, ob es früher oder später war. Wir haben ja gerade noch was gehört. Ja, doch, Jill hat hier ihre... Wieso ist denn hier noch... Hier die Fenster zugemacht? Wieso ist denn hier noch Luftzug? Hm, hier hat die ihre eigenen Nachforschungen angestellt, was halt Umbrella angeht. Ja, raus gehen wir auch mal noch nicht. Aber hier hat irgendjemand vergessen, das Wasser auszustellen, ne? Ist noch niemand in der Badewanne? Immerhin. Na dann. Hallo Frau Valentine. Oh. Oh, komm. Oh. Oh. Oh, энrum. Oh. 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 Fuckin' hell. Ja, das mit den Alträumen scheint wirklich etwas Schlimmer zu sein. Ja, sonst ist es ein relativ kurzes Spiel geworden. Drei mehr Tage, dann kann ich diese Stadt wiedersehen. Wohl nie, das wäre da wieder ein Gleiser. Ich glaube, am 27. war ja der Ausbruch. Hm, das ist auch nicht... Okay, du kriegst es leider nicht so ganz rein hier mit dem Empfang. Angerufen hat niemand? Schade. Und jede Menge Pillen, die sie da nimmt. Das stimmt, das ist alles nicht so ganz das Wahre hier. So, wir hatten noch einmal Gilles Bericht. 26. September 1998. Seit dem Vorfall mit Umbrella sind bereits zwei Monate vergangen. Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht wird dieser Bericht der letzte Dienst sein, den ich als Starsmitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass er hilft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das T-Virus. Die von diesem Virus Infizierten scheinen sich buchstäblich in Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint sich bei verschiedenen Arten zu verbreiten. Ein Biss von einer infizierten Person durch den Körper Flüssigkeiten ausgetauscht werden. Kontakte mit Krähen, die infiziertes Ars gefressen haben oder aufgrund der Stärke des Virus kann auch eine erogene Übertragung nicht ausgeschlossen werden. Man sollte jedoch beachten, dass bei den Überlebenden des Vorfalls noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unklar, ob es daran liegt, dass das Virus eine lange Inkubationszeit hat oder daran, dass wir zufällig gegen die Infektion resistent waren. Wir sollten auch nach Ende dieser Untersuchungszeit wachsam bleiben. Was mich anbelangt, so bin ich abgesehen von ein paar Schlafproblemen in guter Verfassung. Ich sollte dennoch nicht so hoffnungsvoll sein. Immerhin könnte diese nur eine verlängerte Inkubation sein. Notizen zur Ermittlung. Umbrella, Pharmakonzern, höchster Marktanteil der Branche. Verstärkte Entwicklung von militärischen Waffen unter dem Deckmantel der medizinischen Forschung. Zudem geheime Entwicklung lebender Biowaffen. T-Virus-Ausbruch im Ucklei-Forschungseinrichtung fand noch vor dem Willenswischenfall statt. Und zusammen aber mit der Führung von Raccoon City, Russospender, Bürgermeister Warren und kontrollieren praktisch die Stadt. Ein offener Umschlag. Sie haben mich zu Hause festgenagelt. Die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr von ihrem Fenster aus. Sind das Irons Manor? Umbrellas? Ich weiß es nicht, es macht auch keinen Unterschied. Ich weiß, was die zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern, wollen mich schikanieren, bis ich aufgebe. Und das funktioniert. Ich esse kaum, kriege kaum Schlaf. Ich drehe langsam durch, fühle mich wie eine lebende Tote. Aber ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Die werden natürlich jemanden schicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Wenn du hörst, wie ich ermordet wurde, oder was auch immer die Leute, die mit Leuten wie mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlungen dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Acken findest du in diesem Umschlag. Darin findest du alles, was du wissen musst, solange dieses Päckchen nicht abgefangen wird. Ich werde nachts hier rausgebracht. In fünf Tagen. Wünsch mir Glück. Okay, also... Hat sie das an irgendjemandem... ...geschrieben? Ich frage es halt an wen. Chris wahrscheinlich. Ah, Pizza. So viel dann zu sie, ist kaum was. Brief von einem Kollegen. Antin Wellenteil. Hey du Ass, wie schlägst du dich? Ich kann immer noch nicht fassen, dass Irons dich suspendiert hat. Das ist totaler Bullshit. Der sollte dir eine Medaille dafür geben, dass du es im Juli aus dem Höllenloch geschafft hast. Natürlich wirst du danach forschen und Fragen stellen. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, dass ich Zurückhaltung übe. Alles ist so schnell passiert. Die Stars waren der Stolz der Truppe. Wenn der Chef uns so plötzlich auflöst, da war ich mir sicher, ich würde den Job verlieren. Es geht das Gerücht um, du verlässt Raccoon City. Ich hab mir schon gedacht, dass du eine Suspendierung nicht einfach so hinnimmst. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst. Umbrella wird nicht tatenlos zusehen, wenn du versuchst, ihr Geschäft kaputt zu machen. Mach's gut, Jill. Brad Wickers. Saas Alpha Team für immer und ewig. Genau, das war der, der uns rausgeholt hat. Ähm, PS. Musst du diesem Brief dem Pizzabrot mitgeben, damit der nicht entdeckt wird? Ich hoffe, du magst die Salami Supreme. Ist von mir und den Jungs. Zumindest die kümmern sich einigermaßen. Bier ist auch da. Donuts. Ja, doch. Das kann ja auch nicht schaden. Okay, und schon wieder hat irgendjemand vergessen, hier das Licht anz... äh, das Dings auszumachen. Das ist das Licht anz... äh, das Dings auszumachen. Alles klar, 28. September. Oh, Telefon. Schauen wir doch mal. Jill, bist du okay? Brad, bist du? Hör, du musst raus! What are you talking about? I don't have time to explain. You gotta get out of there right now! All right, let me grab my... Ah! You got it. Okay, Abflug. Das wird wahrscheinlich nicht allzu lange halten, aber das macht besser als nix, ne? Ja, ja, es ist... Ach, Kreation nochmal geschafft, aber den werden wahrscheinlich nicht allzu lange los sein. Hm. Ein paar Blümchen, weil noch keine Heilpflanzen... Okay, jetzt kommen wir hier bloß nicht auf dumme Gedanken. Ja, ja. Puh, ich hoffe, das reicht fürs Erste. Ach, doch hier, Stress ohne Ende. Hi. Okay. 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 Okay? Was war das Ding? Ich weiß nicht. Aber jetzt hat es ein hart-on für die zwei Stare in der Stadt. Du und ich. Ich bin nicht auf dem Weg. Wir schauen uns nach dir. Je länger wir warten, desto mehr wir sind. Wie ist das alles so schnell passiert? Ich weiß nicht. Eine Sache auf dem Weg immer führt zu einem anderen. Es ist wie Arklei auf Steroide. Ich bin auf dem Weg. Hey! Hey, warte! Wir sind hier! Ich bin auf dem Weg. Hey! Okay, ich verzieh mich mal gerade? Hi. Nach dir! Geh! Geh nicht zu denken! Wir werden uns für den Weg machen! Komm schon, Jill! Wir wissen, wie es endet wird! Nein, ich nicht! Wir sind noch ein Team? Sempre! Dann mach mich ein favorit! Geh nicht so, wie ich mache! Geh! Hm... Okay, weiter geht's! Oh! Warte mal hin! Immerhin haben wir dich zerlegt! Ähm... Okay! Mal drinnen durch! Mal gucken, ob Zombies krabbeln können! Okay, lassen wir mal! Okay! Wenn du meinst! Wenn du meinst! Hm... Na gut, wenn du meinst! Sir, was ist dein Name? Ich kann nicht nur dich hinterlassen! Es ist Dario Rosso! Und ja, richtig! Du willst einfach nur mein Sicherheitshaus holen! Geh dein eigenes, Missy! Missy? Hm... Ich bin ein Polizistiker! Ich bin hier, um zu helfen! Haha! Ja, ja! Du hast einen BANG-UP-Job gemacht! Willst du dir helfen? Geh dich zu einem von diesen Freakern! Sir! Das ist deine letzte Chance! Niemand anderes kommt für dich! Ich gehe nicht! Mein Bruder starrt zu death in hier! Und er hat mich... Eaten von einem dieser unvermütenden Monster! Jetzt lass mich allein! Hm... Okay, dann halt nicht! Wer nicht will, der hat schon! Muni, sehr schön! Hallo! So, ah ja! Hier geht's weiter! Ja, ja! Mach dir mal! Mh... Hi! Der versucht auch von seiner Arbeit wieder heimzukommen! Über diese Überstunden! Hier ist aber sonst nix, ne? Äh... Sieht nicht so aus! Gib dir Mülleimer und so! Gib dir Zombies! Was? Wann ich hier noch mehr Munition verschließe? Lassen wir das mal! Ah! 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 Down here! Ah! Okay. Sorry. Oh, komm mal. Start, dammit! Es ist mein Turn, Bitch! So, das ist das Auto aus, äh... Resident Evil 7 wiederverwendet. Glaube ich zumindest. So, bitte nicht anfassen. Ich komme aber nicht schnell genug weg. Hey! Fuckface! Hey, easy lady, I gotcha. Wer bist du? Was machst du? Mein Name ist Carlos. Und ich schütze dich. Komm mal. Wir holen dich in einen Ort sicher. Ich denke, wir sind in der Mitte. Ich hoffe, dass wir in der Mitte sind. Ich hoffe, dass wir in der Mitte sind. Wir haben hier gebracht. Hier woher? Ich bin da, wie geht's dir? Ich bin hier. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Okay, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oh, komm mal. Wer ist der Schuss, der Kaffee? Sorry, wir müssen nachher. Ja, ich guck mir erst mal noch einen Augenblick. Können wir nicht wieder raus? Können wir sogar tatsächlich. Dann kommen wir gleich nochmal. Ah, guck mal einen an. Checkpoint Charlie. Die nutze ich ja hier nochmal raus zu gehen. So, aber ich denke das war's. Gut, dass wir den einen Schuss noch hatten. Das war's. Ich habe nie gesehen, wie es. Aber es ist kein Zombie. Es weiß, was es will, und es will nicht stoppen, bis es geht. Nichts, dass du das in einem Mann? Nein, danke. Er ist alles. Listen, ich versuche, dass du in guten Hand. Ich bin mit dem Umbrella-Biohazard-Countermeasure-Service. UBCS war schuld. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Whoa, 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 whoa. Oh, what are you talking about? You don't have to trust me. But I'm going to the shelter. You coming? Come on. It's this way. Okay, okay. Ist hier irgendwas zum Mitnehmen? Nö. Leider nicht. Hey, Captain. This fine young lady could use our help. Carlos. You didn't even think to ask fine young lady her name? She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS, Platoon Leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Great. How's that going for you? This city is completely cut off. Isolated. Most of the hundred thousand civilians will wind up dead. Correction. Undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side. Not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, super cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first thing is first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. All right. Na gut, da schauen wir uns in der nächsten Folge mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Okay, Captain. They really took a chunk out of you. Nothing that I will miss. Ah ja, Hals spray. Und ja, dann kommen wir uns in der nächsten Folge mal ein bisschen weiter um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. 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 Vielen Dank.